Diese Meditation wird dir Liebe schenken, so viel Liebe, wie du sie noch nie in deinem Leben hattest. Wenn du diese Meditation anhörst, wirst du die Liebe magnetisch anziehen. Ich empfehle dir jetzt, dass du für absolute Stille sorgst, dass du dich hinlegst oder hinsetzt und dich vollkommen entspannst. Und nun bist du bereit, dich mit deinem Herzen und deiner Liebe in einer Weise zu verbinden, wie du das noch nie in deinem Leben getan hast. Lass es einfach zu, dass dein Unbewusstes sich jetzt wie so ein Sog, wie so ein Studel auf deine Brust zu bewegt und dort in die Tiefe geht und dort zu deinem Herzen geht. Und mach dir bewusst, dass dir diese Meditation alle Türen öffnen wird, damit du mehr Liebe in deinem Herzen empfinden kannst, als das je zuvor in deinem Herzen der Fall war. Und je mehr du dich selber lieben kannst, desto mehr wirst du Liebe ausstrahlen und desto mehr wirst du Liebe anziehen. Fang jetzt an, deine Konzentration ganz gezielt auf deinen Brustkorb und auf dein Herz zu richten. Es kann hilfreich sein, wenn du deine Hände dabei auf dein Herz legst, um dich ganz auf das Zentrum deiner Brust zu konzentrieren. Und während du das tust, kannst du tief einatmen und du weißt genau, dass du dich mit jedem Atemzug, den du nimmst, immer mehr und mehr mit deinem Herzen und mit deiner Liebe verbunden fühlen wirst. Mehr und mehr verbunden mit dem Menschen, der du wirklich tief innen bist. In einem tiefen Atemzug lass die Luft durch deinen Körper fließen und achte darauf, wie sie zu deinem Herzen strebt, zu der Quelle der großen Energie. Und jetzt atmest du aus und du spürst im Zentrum deines Herzens, wie es dort immer wärmer und wärmer wird. Und diese Energie, die in deinem Herzen schlummert, diese Energie macht dich unglaublich attraktiv. Diese Energie kann alles, was du lieben möchtest, in dein Leben ziehen, auch deinen Traumpartnern. Du musst nur begreifen, dass du alles schon hast, was du brauchst, um attraktiv zu sein. Du bist gut so, wie du bist. Du bist schön so, wie du bist. Du bist wertvoll, weil du so bist, wie du bist. Und alles, was du an dir selber akzeptierst und schön findest, das bringt dir Akzeptanz und das bringt dir Schönheit. Alles, was draußen in der Welt passiert, das geht von dir aus. So wie ein Echo von der Bergwand zurückkommt, so kommt die Liebe, die du sendest, aus dem Zentrum deines Herzens immer, immer zu dir zurück. Und je tiefer du es dir erlaubst, in das Gefühl deines Herzens einzutauchen, desto mehr verbindest und vereinst du dich mit dem Gefühl der Liebe und diese Liebe, das bist du von Natur aus. Du bist die Liebe, du bist die Güte, das alles ist tief, tief in dir. Und wenn du magst, dann darfst du dir jetzt vorstellen, dass deine Hände auf dem Herzen gerade einen kostbaren Diamanten berühren, einen Diamanten aus purer Liebe, und dieser Diamant, der strahlt in deiner Brust, der strahlt eine Wärme aus und eine Liebe aus und eine Attraktivität aus, die dich von allen anderen Menschen auf diesem Globus unterscheidet. und jetzt hast du die große Chance, dich mit dem Glauben zu verbinden, dass dieser Diamant dir die Liebe deines Lebens bringen wird. Spüre den Diamanten, spüre dein Herz und während du dein Herz spürst, während du dich auf dieses Zentrum konzentrierst, wirst du merken, dass es in deiner Brust immer wärmer und wärmer wird. Du spürst, dass die Energie zunimmt und dass die Energie sich vergrößert. Und diese Liebe, diese große, strahlende, wärmende Liebe, diese Liebe ist immer, immer in dir. Sie ist in dir seit dem Tag deiner Geburt. Und alles, was du tun musst, ist, dein Herz zu öffnen, ist, dich an diese Energie zu erinnern und sie in die Welt fließen zu lassen. Denn du, du bist aus purer Liebe und du, du kannst mit deiner Liebe eine große, große Liebe anziehen. Und vielleicht spürst du jetzt unter deinen Händen, die auf dem Herzen ruhen, vielleicht spürst du jetzt, wie dein Herz immer und immer größer wird und strahlender wird und wachsender wird. Und vielleicht spürst du, wie in deinem Herzen etwas zu sprießen beginnt. Als würde dein Herz sich ausdehnen, als würde es in die Welt hinauswachsen und du spürst diese wunderbare Energie und du lässt dich ganz auf diese Energie ein. aus dir strahlt die Liebe. Die Liebe strahlt wie ein Diamant und du, du bist diese Liebe. Und jetzt hast du die Chance, dich mit dieser Liebe noch etwas mehr zu verbinden, indem du an einen Moment denkst, indem du in deinem Leben vollkommene Liebe empfunden hast. Vielleicht war es eine Situation in einer Beziehung, ein romantischer Abend im Sonnenuntergang oder es war eine Situation mit Freunden oder es war ein Moment der Güte. Denke jetzt ganz genau an eine Situation, in der die Liebe aus deinem Herzen gestrahlt hat und in der du dich vollkommen wohl und vollkommen in der Mitte deiner eigenen Liebe gefühlt hast. Stell dir jedes Detail vor, als würdest du die Situation jetzt noch einmal erleben. Was genau siehst du vor deinen Augen? Mal dir diese Bilder so groß du kannst aus. Was genau hörst du in dieser Situation? Stell dir dieses Geräusch so deutlich vor, dass es dich ganz einnimmt. Und wie sahen die Farben aus, die du gesehen hast? Denke an diese Farben, bis sie strahlen wie der Diamant deines Herzens. Und während du an diese Situation denkst, kannst du dich immer tiefer und tiefer mit deinem Herzen, mit dem Zentrum deines Herzens verbinden, indem du das Gefühl von damals mit dem Gefühl von jetzt verschmelzen lässt. Stell dir vor, dass zwei Flüssigkeiten einander berühren und dass sie wunderbar eins werden, eins werden im Zentrum deiner Brust, auf dem deine Hand oder deine Hände jetzt ruhen. Und du wirst die Wärme spüren und die Energie, die von deinem Herzen ausgeht. Du wirst spüren, dass du verbunden bist, wie du niemals mit deinem Herzen verbunden warst. Dein Herz weiß immer ganz genau, was gut für dich ist. Und dein Herz lässt dich immer wissen, was es für sein Glück braucht. Nur musst du hinhören, wenn dein Herz zu dir spricht, hinhören, wenn es dich auf die Reise zu deinem Glück schickt. Und wenn du magst, stell dir jetzt die Frage, was genau will mir mein Herz sagen? Was genau rät mir mein Herz, um meinen Seelenpartner, um eine große Liebe anzuziehen? Wenn du genau auf den Diamanten in deiner Brust auf dein Herz achtest, wirst du merken, dass es immer heller glüht und strahlt und wärmer wird. Du wirst merken, dass dieses Gefühl, dieses Energiefeld sich immer mehr ausweitet. Du wirst merken, dass es deinen ganzen Körper und deine ganze Seele einnimmt. und diese große Herzensenergie, diese Herzensenergie kann dir alles, alles auf der Welt bringen, was du wirklich willst. Dieses wunderbare Energiefeld wird dich in die Lage versetzen, dass du alles, alles in dein Leben ziehst, was du von Herzen begehrst. Höre die Sätze, die ich jetzt spreche und wiederhole diese Sätze in Gedanken, weil du spürst, wie wahr sie sind. Ich bin ein Mensch mit einem großen Herzen. Ich bin gut, so wie ich bin. Und weil mein Herz so mächtig ist, ist es mächtig anziehend auf andere. Sobald ich an die Liebe glaube, wird die Liebe zu mir kommen. Wenn ich mich selber finde, als liebender Mensch, dann finde ich einen lebenden Menschen. Ich bin gemacht aus Liebe. Die Liebe ist die stärkste Macht in meinem Leben. Ich habe schon so viel Liebe in meinem Leben, dass ich vor lauter Liebesenergie strahle. Und alle, die mich kennen, kennen auch meine liebevolle Seite. Und es ist mir völlig klar, dass ich mich nur auf diese Liebesenergie in meiner Brust konzentrieren muss, um den geliebten Menschen in mein Leben zu ziehen. Ich weiß genau, dass das Universum auf meiner Seite ist und mir das zuführt, was ich wirklich wünsche, wirklich ersehne und wirklich brauche. Und ich weiß, dass ich dazu nichts tun muss, außer an die Energie meines Herzens zu glauben. Und je mehr ich diese Energie spüre, und je mehr ich an diese Liebe glaube, je mehr ich diese Energie spüre, desto eher werde ich eine große Liebe anziehen. Denn ich bin aus Liebe, ich bin erfüllt von Liebe, ich bin gemacht aus Liebe und ich widme jetzt den Dingen in meinem Leben mehr Aufmerksamkeit. Ich widme mehr Aufmerksamkeit der Liebe, nach der ich mich sehne. Ich widme mehr Aufmerksamkeit den Menschen, die ich begehre. Ich widme mehr Aufmerksamkeit meinem Herzen, um all das zu spüren, was in mir an Liebe ist. Und je mehr ich mich auf diese Liebe konzentriere, desto stärker, desto magnetischer strahlt sie in die Welt. Je mehr ich mich auf diese Liebe konzentriere, desto liebevoller werde ich und indem ich diese Aufmerksamkeit widme, wird die Liebe, die ich ausstrahle, von der Welt gespiegelt und sie wird mir Liebe bringen. Ich bin gut so, wie ich bin. Ich bin aus Liebe und ich ziehe die Liebe in mein Leben. Und wenn du jetzt an die Energie deines Herzens in den nächsten Wochen glaubst, dann wirst du auch Liebe in dein Leben ziehen. Du musst nur begreifen, dass du alles schon hast, was du brauchst, um attraktiv zu sein. Du bist gut so, wie du bist. Du bist schön so, wie du bist. Du bist wertvoll, weil du so bist, wie du bist. Und alles, was du an dir selber akzeptierst und schön findest, das bringt dir Akzeptanz und das bringt dir Schönheit. Und diese Liebe, diese große, strahlende, wärmende Liebe, diese Liebe ist immer, immer in dir. Sie ist in dir seit dem Tag deiner Geburt. Und alles, was du tun musst, ist dein Herz zu öffnen, ist dich an diese Energie zu erinnern und sie in die Welt fließen zu lassen. Denn du, du bist aus purer Liebe und du, du kannst mit deiner Liebe eine große, große Liebe anziehen. Denk immer an diese Meditation zurück, an diese Strahlkraft deines Herzens und höre die Meditation mindestens 30 Tage am Stück, höre sie 30 Tage am Stück, damit du wirklich mit deiner Liebe eine große Liebe in dein Leben ziehst. Denn du bist aus Liebe und wenn du in diesem Energiefeld bleibst, dann wird die Liebe zu dir kommen. Und dabei unterstütze ich dich gerne durch mein kostenloses Videoseminar Das 3-Minuten-Geheimnis. Hier lernst du, wie du mit nur drei Minuten Aufwand pro Tag dein Leben und deine Anziehungskraft veränderst und etwas völlig Neues in dein Leben holst. Das Seminar ist vollkommen kostenlos. Klick es jetzt gerne in der Infobox oder unter diesem Video an. Ich wünsche dir ein Leben voller Liebe. Dein Coach Martin Begelew.